willkommen zu einer neuen partie fifa da uns man sich gegen erzgebiege was man natürlich auch nicht unterschätzen da und wir hatten gestern unser erstes unentschieden unser erstes unentschieden in fifa 23 mit dem vsv zwickau wobei ich sagen muss die haben auch sehr sehr stark gespielt und ingolstadt hat nur einmal verloren und das war gegen uns glaube ich und haue hat 16 punkte wir schauen mal kurz rein welchen platz haben die denn zwölf mal dresden ist 13 und die haben uns so fertig gemacht einfach das ist total einfach aber so ist halt wie farb ich danke für ihre geduld und darf dann um ihre fragen bitten wir haben irgendein spieler ausgeliehen glaube ich wir sind bereit ich bin in form so auswechslung da können wir den bringt man lassen müssen mit dem west der besten spiel so gibt es uns irgendwas an news nächster schritt zum titel würde ich jetzt nicht noch nichts noch nicht sagen immerhin überzeugen er ist das überhaupt im torwüter bei den kenne ich jetzt noch nicht ich habe vieles spiel auf der liste gesetzt damit wir das mit dem geld weg kriegen den habe ich auch gar nicht mehr hier der ist auch doch der ist hier aber 54 gibt es der der dinge der herrn anders hat mehr als er gut dann haben wir mal rein ich habe jetzt ein paar formationen geswitcht man kommt was dann was bringt auch 414 habe ich früher auch sehr gerne gespielt ich glaube das war auch in ihren anderen viel verteilt habe ich das sehr gerne genutzt ein spiel das ist in sich hat ein spiel der derby verspricht in die kameras putzen immer dieses zwischen sequenz schon so schön und die augen bei unserem trainer ist der hammer einfach als ob ich bin auch heute die ich heute erst mal aufnehmen werde und dann muss ich wie ich meine taktik verbessern kann auf eine partie aus der liga ich glaube das wird spannend das wird interessant das ist ein spiel das ich kein fußballfan gehen lassen und ich spiele auch sehr hoch auf drückt schon man merkt schon die drücken schon nicht aussuchen können da ist alles drin nein der ist vorbeigelaufen schade da wäre platz auf dem flügel für haue und da ist der ball erstmal wieder weg da kommt dann rennt hinterher bei dem ball na aber was das das sind so solche sachen die dürfen nicht passieren die mitte ist einfach zu frei und die gehen einfach mal dadurch das kann ich nicht verteidigen in dem moment aufnehmen das ist der offensiv und dann sowas ganz alleine auf wiedersehen und könnt ihr euch schenken jetzt fragen sich spiele was für eine formation hat der modi jetzt da genommen tadaaa ich hab die formation direkt mal als sehr offensive reingemacht hat viel zu schnell und im abschluss auch noch effizient vorne jetzt die balle alter ich höre nicht zu am stand wer geht hier wohin auch die defensive formation ist gerade eine neue formation falscher pass ich hätte die die abtaste drücken sollen aber ich sehe jetzt schon das ist schon etwas zu offensiv und das wird natürlich ja das ist doch das ist auch schön auch nicht mal eine niederlage ist ausgleich weil sie niederlage ist was dann wenn der andere trifft dann hast du natürlich ein problem weil dann bist du nämlich plötzlich ganz schnell platz zwei und du willst ja den den meister titel auch haben und das ist ja quasi das ziel was du dann auch hast und da sehe ich schon dass die formation wieder zu offensiv eingestellt ist also wenn ich sag defensiv stehen dann möchte ich auch defensiv stehen und nicht dass die hier so durchkommen jetzt da geht sofort runter überhaupt keine gefahr was kann der außenseiter jetzt hier aus dieser chance machen ich bin jetzt nicht unbedingt behaupten dass das ein außenseiter ist ja war nicht schlecht riese er geht dazwischen und verhindert die flanke ja ich muss besser werden in der defensive er kommt ins zentrum weil natürlich auch nicht vergessen darf dass ich doch bis ein bisschen mit an den spielern die man natürlich hat der war gut geschossen alter er war auch gut geschossen schön mit volley er geht in die mitte die kanal ganz locker halten da war bei weitem nicht genug hinter diesem ball weiter mit dem ball tolle zähne vielleicht können sie diese ecke jetzt nutzen die fans sind da der druck ist im moment enorm er geht in den strafen du kommst du auch nicht dazu dass ich muss jetzt erst mal gucken ich drücke an dauernd die artes bei kauf bild die taste ist das ach es auch kopfball er könnte hier heute eine schlüsselrolle einnehmen die frage ist packt er den tore rekord im augenblick würde ich sagen der macht was er will der trifft schöner pass steilpass kommt an machen sie gut er trifft er erhöht die führung auf 2 tore er trifft dazu die wiederholung dieser szene nochmal an erst kommt der pass und dann dieses tor den ball einfach rein gehämmert und da gibt es muss ja gleich mal cool nach der partie mit welcher aber hatte glaube ich auch so eine 4 1 4 1 hatten die 3 1 4 1 4 1 er dribbelt in die mitte oh mit dem fall rückzieher will er den treffer machen akrobatisch aber sind wir ehrlich richtig gefährlich weiß ich nicht die gäste sind beim ballbesitz hinten aber bei den toren sind sie eben vorne und nur das zählt ich habe schon wieder gespürtet und ich krieg es auch mir nicht abgewohnt ich bin wenn du richtung stumm ist läuft aber er muss aufpassen sie kommen könnte was werden aber er sehen also das hätte auch mal spannung in dieses spiel gebracht so geht es erstmal weiter mit der klaren führung ich glaube das waren die der stelle vorne wo wollt ihr denn hin bitte guter schuss jetzt oh der wäre das wäre schön gewesen wenn der reingegangen wäre ich hätte mir auch gerne gewünscht in dem vielfahrt dass du direkt sagen kannst hier pass mal auf dann spieler kurze ecke ja gut gemacht bei diesem blog die aber scheiße ecke kommt kurz zieht in die mitte ob der kannte den schon sie schon früh druck aus steffen kann das war nicht das ist so die offensive einfach die defensive nicht gefühl da da bleibt er da so guckt die ecke kommt gefahrbereinigt ich will ja auch nicht unbedingt mit der mit der heißt dass du da rein und dann grätscher den quasi von hinten ins knie und dann direkt die pfiffen als faulspiel doch ich bin nicht zufrieden mit der defensiv leistung wo sie ganz ehrlich sagen das kann ich sagen dass wir jeden spiel in welchen gegen ja da habe ich die falsche dann sehe ich gerade anpfiff zur zweiten hälfte wir machen was anderes ich habe auch damals ganz gerne haben wir die hier noch drin 3 5 2 gespielt so defensive verstärken hier bleibt hinten hier bekommt beide mitte abdecken und der rest bleibt auf standard klasse wie er dahin geht wird das eine torchance da macht er gut zu er war noch dran gibt ecke die ecke könnte die chance zum anschutstreffer sein die fans stehen weiter hinter dem team ja das müssen sie entschlossen machen das ist die chance er nimmt sie direkt da passt der tor hinter auf der torwart ganz sicher aber da muss er mehr draus machen das ist eine verschenkte chance könnte konter geben jetzt kann ich nicht sprinten weil wir alle im weg stehen ja auch nicht schön der ball erstmal abgefangen er bekommt hilfe jetzt die chance kurze distanz kein tor vielleicht war dieser harte schuss die falsche entscheidung sich auch so wenn der platziert wird es gefährlich sind meine spieler gewechselt ist doch gar nicht mehr viel zu offensiv hier nach vorne und jetzt kommt doch mal so einen schönen langen ball muss doch ein tor schießen wenn die noch ein tor treffen dann sind sie nämlich näher dran als hier ganz stark abgeblockt ja ich merke ich habe richtig pause machen die konzentration gerade flöten alter was ist denn heute hier los kann er was machen gefährlicher schuss jetzt sind sie dran noch ein tor dann haben sie den ausgleich das meine ich halt der neue spielstand lautet hier also 3 zu 2 wie kann es sein dass die mich so zerstören gerade das gibt es doch gar nicht jetzt ist der platz da was war das denn ich glaube da einfach ruhig ergänzt mich einfach wir schauen noch mal auf die wiederholung guck mal wie viele spieler da sind wie viele und dann 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 wirklich nicht viel platz aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell jetzt können wir gespannt sein was hier noch passiert aktueller spielstand 4 zu 2 der gespritte zunabend aber man merkt auch mit denen kann man auch ja man ist sehr einfach die für die defensive auch ja sie versuchen es weiter naja da waren sie zu wenig aus der konterschance pass ist weg guter steil passiert macht er gut ganz sichere parade oh der hätte der hätte auch drin sein können oh die schießen auch nicht sofort wenn du die kreisstaste drückst der schießt auch nicht hab ich so das Gefühl wir machen das mal anders ich musste mal kurz ins spiel angreifen wir gehen mal rein und nehmen die raus also die könnte sogar spaß machen die nicht die spielen wir gerade gibt es noch eine andere von? ist das der unterschied? ach er hat da noch ein ZOM drin ähm defensiv verstärken defensiv verstärken Mitte abdecken Mitte abdecken Mitte abdecken Mitte abdecken das kann ich den eigentlich noch wechseln ich hab keine Ahnung wir wechseln trotzdem mal komplett durch was ich jetzt noch wechseln kann okay okay ich hab keine mehr okay ich hab keine mehr ja energischer Vorstoß klasse Tickling mal gucken vielleicht behalte ich mir die Formation mal im Auge und werde die mal öfter spielen jetzt welche 3 1 4 2 sie zeigen eine top leistung und führen daher auch in der höhe verdient du kannst sehr gut druck nämlich aufbauen nach vorne da war immer noch eine Formation von Sport zu Rude defensiv sehr gut stehst sie die internet jansen er blockt die hereingabe ab und jetzt gibt's eine ecke sie wechseln aus wichtig er holt den ball kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch jetzt vielleicht die chance für den konter ballverlust ja kein guter konter so darf man es natürlich nicht machen das ist jetzt eine chance schade 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 er war der war gut gemacht aber es hätte auch sein können kurze unterbrechung aber ich werde immer so ein bisschen testen in der privaten Karriere die Formation mal gucken weil die defensiv hier stehen das ist schön das ist sehr schön das gefällt mir schöner steifers man kann sehr schön nach vorne spielen gelingt es ihnen doch nicht etwas zählbares aus diesem Beispiel da ist die chance genau hinschauen jetzt und das nächste Tor das ist natürlich stark sie lassen nicht nach erhöhen damit auf vier Tore Vorsprung einfach mal mit der Dreierkette spielen hier nochmal die Wiederholung des Tors wir sehen den kontern und dann dieses Tor den Ball einfach rein aber das muss ich erst testen ob das was wirklich was ist für uns oder für mich in dem Fall ach mal wie viele hinten stehen wir stehen mit sechs Leuten stehen wir hinten und du dann natürlich den Ball bekommst oder natürlich kontern könntest ja das darf natürlich nicht passieren das darf nicht passieren dass der Spieler da nicht gedeckt ist im Endeffekt 6-3 der Spielstand ein Fest für die Zuschauer und uns ein Albtraum für die Trainer hartes Einsteigen aber Vorteil kein Pfiff Spiel geht erstmal weiter da gehen sie dazwischen Ball ist weg drei Minuten sind es noch Dimitri Nazarov schwaches Zuspiel kein Wunder dass da nichts ankommt damit ist die Partie beendet die Gäste gewinnen dieses Derby das war wirklich eine klasse Leistung ja war ein gutes Spiel aber wie gesagt das andere Gegner ärgert mich dann doch wieder so ein bisschen müssen wir mal schauen also ich behalte das mal im Auge diese 3er-Ketten-Variation und weiter das mal testen ich danke ihnen zunächst mal dass sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind danke für diese kurzen Aussagen die Gäste die Karten die 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 Untertitelung des ZDF, 2020